Hasekind, wartest du hier auf dein Frühstück? Oje, hast du dich so mit dem Kater jetzt schon heute Morgen gejagt? Oh Hasekind, soll erstmal die Susanne einen Kaffee trinken. Dann kriegst du Frühstück, dann kriegst du dein Mäuschen. Oder du gehst raus in den Garten. Der Katermäuschen versucht sich auch sein Frühstück selbst zu fangen. Du versuchst es ja nicht mal. Du kannst dich dein ganzes Leben lang nur auf deine Zwietigkeit hoffen, dass dich jemand füttert. Doch, das kannst du. Du kriegst von mir jeden Tag Würstchen und Futter und Mäuschen kriegst du auch. Hasekind. Und da hast du ja schon einen ganz trockenen Mund. Hast du ja schon einen ganz trockenen Mund. Oje, und weinen musst du auch schon. Und er schnurrt und schnurrt und schnurrt. Er schnurrt, wenn man ins Bett geht. Er schnurrt, wenn man aufwacht. Kannst du deine Schnurre eigentlich noch abstellen? Oder ist das jetzt schon so eine Dauerschnurre? Hm? Oh, Püppi macht Bogengeräusche. Püppi! Geh in den Garten und such dir deine Maus. Feiner Linus. Hat sich eben mit dem Katermäuse hier gejagt. Hat es vom Tisch gerissen. Geh in den Garten und schnurrt und schnurrt und schnurrt.